Musik Konnichiwa ihr Chibis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid 5 So, wie am Ende der letzten Folge gesagt, machen wir jetzt die Nebenmission Unglückshund Da geht es wieder darum, jemand Spezielles rauszuholen Da steht schon unser Pferdchen, neben darin ein Schaf Mhhh, dieser Anflugschneisen Dankeschön So Und wir müssen jetzt in den Jako Obo Supply Outpost Der sich ungefähr 250 Meter in diese Richtung befindet Ja, ne, hopp So, wenn ich das auch recht zügig hinkriege, dann machen wir direkt noch eine weitere Nebenmission Aber jetzt muss ich mir erstmal angucken, womit ich es jetzt hier zu tun kriege 100 Meter nur noch Oh, 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 oh Oh, das sieht wie ein richtiger Knast aus Ziemlich derbe bewacht das Ganze Oh ja, guckt euch das mal an Aja, ja, 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 ja Also, jetzt sehe ich schon Einfach mal von vorne direkt reinschleichen Ne. Hat das Ding auch einen Hintereingang? Pflanzer. Ich schätze mal, der ist in dem Knast drin. Oh Gott, der guckt direkt in meine Richtung. Und einen LKW höre ich auch noch irgendwo. Tiefste Gangart mal wieder. Wäre natürlich geil, jetzt irgendwie einen zu fassen zu kriegen. Genau, dreh dich mal um da oben. Oh Gott, da oben ist auch so viel los. Ich guck mich jetzt erstmal ein bisschen außenrum oben hier. Also irgendwie einen von denen mal zu fassen zu kriegen, um nachzufragen, wo denn der Gefangene sich befindet. Was haben wir denn da? Ein Loch. Ich höre hier was. Da sind wir ziemlich nah dran. Leg dich mal hin. Krebsen wir mal hier durch. Oh Gott. Oh, 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 oh. Bewegt er sich auch mal weg? Oder kann ich hier unentdeckt einfach durchkriechen? Er steht mit dem Rücken zu mir da. Okay, versuchen wir es einfach. Puh. Rein von der Orientierung hier müsste er sich hier irgendwo befinden. Woher bin ich denn? Wäre natürlich geil, wenn ich direkt... Hä? Hm. Bin wieder draußen. Oh. Ai, 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 ai. Ich bin mal mutig. Testen wir einfach mal, ob da irgendwie jemand in seiner Reichweite ist. Das bleibt ruhig. Da oben tut sich auch nichts. Ne, den kriegen wir weg. Na komm. Wollen wir ihn komplett auf. Oh. Ich verschritte. Oh, kommt der hier raus? Haha. So, befragen wir den mal. Also richtig gehört. Da hinten in der Ecke ist er. Den holen wir auch aus. Er kommt auch. Roger das. Oh, die haben wir gesagt, wir brauchen mehr Männer. Da läuft jemand ziemlich zügig. Kommt der jetzt auch hier raus? Ich meine, wenn das so weitergeht, dann haben wir das ganze Lager irgendwann leer, ne? Der nächste, der raus will. Okay. Kommen Sie mal ran, junger Mann. Oh Gott, der kommt direkt auf mich zu. Tja. Da war es wohl zu langsam, Kollege. Und den nehmen wir auch mit. Viel Spaß. Wir sehen uns an der Base. Und ich höre schon wieder Schritte. Wie viel kommen denn da? Habe ich jetzt irgendwie so ein Event getriggert, dass da jetzt einer nach dem anderen rauskommt und quasi immer wieder ein neuer erscheint? Geht ja gar nicht. Kommt auch wieder direkt hier ran? Na. Ich habe doch gedrückt. Welch. Schlaf, Soldat, schlaf. Deine Mama ist ein Schaf. Und noch einer mit. So. Das sollte jetzt aber mal gewesen sein hier. Ja, ich will nichts mehr. Oder doch? Wow. Ehrlich. Nein. Schieß. Ne, die Waffe will ich doch gar nicht. Nein. Oh Gott. Jetzt wird es wieder chaotisch. Jetzt haben wir ein schönes Gewehr da hingelegt. Dann bleibst du halt da liegen. Du wirst jetzt nicht mehr rausgeholt. Pass jetzt davon. So. Mein Gewehrchen. Jetzt gucke ich mal, dass ich da vielleicht sogar schon reinkomme, um den rauszuholen. Ah, hier sind wir vorher unten durchgekrabbelt. Okay. Wow. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Checken wir mal kurz die Nebenräume. Ob es hier noch was zusammen gibt. Bevor ich mich wieder aus dem Staub mache. Mach die Tür auf. Sieht aus wie ein Lager. Gibt es hier irgendwas Schickes? Nö. Okay. Dann holen wir mal den Gefangenen raus. Oh Gott. Schloss knacken auch noch. Komm schon. Yes. Wertgegenstände? Jupp. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Kollege. So. Nichts wie raus. Bevor hier wieder irgendwo eine Patrouille um die Ecke geschissen kommt. Die liegen lauter Waffen rum. So. So, Jungen. Wir sehen uns in der Base. Das haben wir geschafft. Ich gucke mal ganz kurz hier in die Hütte. Unit Funktion added. Development Project has been added. Hä. Hat sich doch gelohnt. Juts. Heli ran. Auf zur nächsten Nebenmission. Ähm. Öh. Hubschrauber. Treffen. Dort. Requestet. Oh. Wir sind zügig aufgestiegen hier. Ah. Hier hätten wir auch lang können, um ein bisschen außenrum an das Getränknis heranzukommen. So, Pequod. Lass es nicht so lange auf dich warten. Ah. Oh, Entschuldigung. Ich hab da scharf gerammt. Es tut mir leid. Und dafür werdet ihr gerettet. Mist. Chill. Scharf. Chill. Hat der gesessen? Ich glaube ja. Ja. So. Da ist noch ein Schaf. Das muss gerettet werden. Da sind noch zwei. Oh Gott. Aggro Schaf. Ich nehm mal schnell das andere Schaf mit. So. Auf zum nächsten Nebenmission. Oh, da wär noch ein Schaf gewesen. Komm zum nächsten Landepunkt, Schaf. Dann nehm ich dich damit. Drei Karakul-Schafe. Mhm. Karakul. Nächsten Level von einfach nur cool, oder wat? So. Nächste Mission. Boss. Boss. Good news from the support unit. They can now deliver support strikes to our areas of operation. Use your eye droid to designate a location for a strike. Just make sure you're not in the kill zone. I hate to tell them man they blew up the boss. After you've called in a strike, move away from the target location immediately. Also, like supply drops, strikes cost GMP. So, once you don't put us in the red, remember what our real objective is. Ja. Unit Function added. Development Project has been added. Wir haben jetzt also auch die Möglichkeit, Luftunterstützung anzufordern, wenn da mal richtig schön die Kacke am Dampfen ist. So, wir haben noch eine, genau, diese Zielübungen, die werde ich mal auf Kamera machen, die sind eigentlich recht langweilig. Vielleicht eine davon, dass wir die mal auch in der Folge haben. Das sind einfach nur, da sind dann so Attrappen auf der Base und die kann man dann wegballern und kriegt halt dafür ein bisschen Punkte. Holen Sie den Elite-Saudaten raus. Nochmal den Elite-Saudaten raus holen. Okay. Ach Gott, so ewig weit weg. Oh Gott, ist das hier dieses Riesenlager, wo wir uns auch mit der Honigbiene rumgezofft haben? Hm. Mission starten. Nachts. Das wäre jetzt natürlich was, wenn wir wieder in dem gleichen Lager unterwegs sind, wie auch mit der Honigbiene. Kennen wir uns wenigstens ein bisschen aus, ne? Aber das wird stark gewacht sein. Oha. Snake. Das wird ein harter Job. Na, Kollege, da vorne. Und wir kriegen jetzt auch Wettervorhersagen. Das heißt, wenn ein Sandsturm kommt oder so, müssen wir das eigentlich vorher erfahren. Das ist auch cool. Sind wir bald da. Jetzt. Pflanze. So, dann markieren wir, wo wir hin müssen. Wir müssen da hin. 600 Meter in diese Richtung, an diesem komischen kleinen Popel-Lager da vorbei. Können wir ja so warm gehen hier. Und da bin ich gespannt, ob es weitere Nebenmissionen gibt oder ob wir dann schon, äh, wieder eine Hauptmission machen. Das wäre cool. Aber Nebenmissionen möchte ich halt auch alle mitnehmen, gerade wegen den Ressourcen und, ähm, den ganzen weiteren Spielereien, die man halt entdeckt. Und teilweise sind diese Nebenmissionen auch, ähm, so ein bisschen entscheidend für die Hauptmission. Von daher. Wo geht's da durch? Ja. Daher möchte ich das halt auch, ähm, also auch Nebenmissionen dann in Folgen verpacken. Ich muss, dass wir da mal was verpassen. Und ja, es ist dieses riesige Lager. Okay. Überblick verschaffen. Direkt mal ein, so ein Lord-Helmchen da oben im Verschlag. Da ist einer. Achso, jetzt hat er gleich zwei gescannt hier. Drei, da ist noch einer. Steht da einer rum? Nee. Das sieht aus wie irgendwie so eine Gefängniszelle. Die sieht unbewacht aus. Also glaube ich mal nicht, dass er da drin ist. Analyse complete. Ach, ich muss wieder so ein Typin an sich rausholen. Schatümmt. Aufgaben, Text, Lesen, kann von Vorteil sein. Oder sehe ich einen Diamanten? Analysis complete. Da ist ein Diamant unterm Tisch. Patrouilliert er in der Dreiergruppe? Nee. Der steht da alleine rum. Das heißt, außenrum tigern. Oh, da geht's weit runter. Es ist Nacht. Ich müsste hier an dem eigentlich vorbeikommen. Ohne, dass er mich sehen tut. Meh, meh. Safety first. Machen wir ganz kurz den Abstecher da hinten. Oh Gott. Ha, der mich erschreckt. Kriege ich ihn rausgeholt? Ja. Dann laufe ich in wenigstens nicht Gefahr, dass er entdeckt wird von einem anderen. Oi, 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 oi. Poster mitnehmen. Ja, der kommt auch mit. Roger das. Ja, der kommt auch mit. Halt. Nee, ist nix. Ich hab auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen leichtsinnig werde jetzt langsam. So ein bisschen mit der Sicherheit, so... Übungen und so. Wenn mir das mal nicht zum Verhängnis wird. Ei, 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 ei. Da ist noch ein Typ. Analysis complete. Hm. Hm, 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 hm. Die Patrouille zieht weiter, aber die sind trotzdem zu dritt. Die sind da trotzdem zu dritt. Hm, hm, hm. Ja, die bleiben da. Die sind nicht wirklich auf Tour. Das heißt, ich hab's hier im Endeffekt mit sechs Stück zu tun. Und einen davon muss ich rausholen. Ei, 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 ei. Das soll mir was werden. Du bist krank, geh mal nach Hause. Ich hab's hier. Du hast die Geschichte, der Mensch mit seinem Gesicht. Aha. Ja. Was hat er in unseren Leute gelegt? Das ist ein Schuss? Nein. Nein. Ich hab' gehört, dass ihn amerikanische Imperialisten senden, in Unterstützung der Schuss. Ähm, hab ich echt schon so viele von euch umgebracht? Ich dachte, ich wär eigentlich eher zärtlich zu euch. Naja, wenn ihr meint. Jungs, steht da mal nicht so doof aneinander rum. Verteilt euch ein bisschen. Oh, Bewölkung. Hoffentlich hilft das mir ein bisschen weiter. Der geht weg. Der geht weg. Das heißt, ich könnte versuchen, den wegzulocken. Vielleicht hier so hinten an die Ecke. Ah, geht nicht wirklich. Okay. Trotzdem. Keine Zeit verlieren. Komm, ganz in die Ecke rein. Ja, so ist fein. Ja. Hat das irgendeine mitgekriegt? Ja, scheiße. Bringen wir den eben weg. Vielleicht hier ist er nach oben hin und dann... Ja, da könnte er... Müsste eigentlich schnarchen können, wie er will. Oh, 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 oh. Scheiße Neu Prozent Ah wir können ihn nicht raus Oh Gott Oh Gott Momentan sind nur zwei alarmiert Okay Vier Scheiße Ja komm zu dem hoch Und ich mach euch beide weg Oder ich Betäube euch beide Nichts gut Leg dich mal hin Lass ihn näher rankommen Ja Schaut es euch an Gute Idee Kommt noch ein bisschen näher Kommt noch ein bisschen näher Du komm bitte auch noch ein bisschen näher Komm schon Du willst auch unterbro Deinen schlafenden Kollegen aufwecken Der hier einfach mal Im Dienst weggepennt ist Der hat nen Helm auf Okay Der ist auch weg Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott So hab ich mir das echt nicht vorgestellt Aber Was ich jetzt mach Kann ich hier rausholen Ne Ist immer noch bewölkt Ja Wie Geht doch Okay Einmal Zweimal Dreimal Der hat vielleicht irgendwie Ja der liegt auf Komm alle mit Alle kommt ihr mit Sehr gut Guck der ist mal doof Oh Gott der funkt No rush, no fun Yes Yes Wo war der Diamant Da Ist hier irgendwas Ne Das heißt es nur noch raus hier Ich hab fast das komplette Lager leer geräumt So kann es gehen Das Plakat will ich noch haben Direkt noch hier in die Zelle reingucken Den nehmen wir dann auch noch direkt mit Wenn wir schon mal da sind Hier ist abgesperrt Das kann natürlich auch was bedeuten Materialien Sehr gut Sehr sehr gut So dann holen wir den auch noch ab Da sind auch noch Materialien Dicke war auch direkt mit Nehmen Das Lager ist jetzt eigentlich leer Na ja fast da hinten ist jetzt einer Und hier ist übrigens Wie ich schon mal angesprochen hatte Um sich von Als Kiste von A nach B Tragen zu lassen So ein Lieferschein Oder eine Rechnung Die braucht man eben An den Gewissen Zielorten Um von A nach B Gebracht werden zu können Soweit ich weiß Ich hab's bisher noch nie probiert Können wir aber auch mal machen Sehr gut Lager nahezu komplett geplündert So kann man mal machen Jo Leute Dann mach ich jetzt mal Einen Rückzug zur Motherbase Und wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Wenn es euch gefallen hat Würde ich mir freuen Wenn ihr einen Daumen nach oben Da lasst Ansonsten abonniert Falls ihr noch nicht gemacht habt Oder schaut auch In meinen Social Media Sites vorbei Ich wünsche euch alles Gute Macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao